und in dem video wieder und so willst du mich mal einladen oder über was können wir machen ich glaube mein essen ist versalzen deswegen habe ich es zu komisch gesprochen was hast du dir gemacht pute asiatisch ich habe halt nur sehr viel soja soße und dann und noch salz reingekippt ok war nicht so die beste idee denn das tut mir irgendwie weh dann wir müssen bei welchen favoriten sind denn das kann favoriten hinzufügen weiß die ja ich habe so eine kategorie freunde gemacht und okay das wusste ich nicht wer auf welcher schwierig hat schon aufzunden auf welcher schwierigkeitsstufe hast du eben gespielt normal also kriegs machen kann ich nicht sagen dass in der mitte das recht ist gesperrt und das ist ein das war ja baby einfach natürlich zauberin wenn nur der älteste lebende kriegsmagier risse öffnen kann würde bedeuten ja ich bin noch da der älteste ist meister sickness sofern er noch am leben ist aber warum sollte meister sickness doch diese art von magie ist keine positive kraft ich muss woanders nach antworten suchen ich dann gleich runter gehen wir müssen uns um die bösen jungs kümmern ach da gehen wir beide auf erst mal nur das hier die feinde bereiten sich darauf vor eines unsere tore aufzubrechen sie haben ein tor aufgebrochen alles klar ich gehe mal eben runter weil da ist irgendwie einer gerade von mir hingeflogen jetzt noch treffen stimmt wieso ich habe die gar nicht ausgerüstet die fallen auch so welche fallen ja gut naja die die teerfalle habe ich aber die anderen habe ich nicht ach du hast nur die teerfalle die ist etwas besonderes nein ich habe noch die anderen fallen aber ich hatte noch noch die das sind kobolde sie lösen unsere fallen ebenso aus ich habe gerade nicht ausgerüstet wie hießen die noch mal diese kum schon mit den fässern hinten drauf ja an die so schnell liefen genolle oh ja das stimmt hast du keine genolle das waren wir doch genolle kommen vor mich fühlt sich gut er ist weg geflogen okay ich gehe mal runter oder willst du da hin ich komme mit ich komme mit ja die kommen ja jetzt von beiden seiten deswegen frage ich ich mache einfach nur ein paar fallen für dich nicht hierhin okay mach das sieht gut aus man kann auch relativ schnell rüber hierüber ach ja krass man kann nicht sprechen also ja schon ein bisschen aber nicht viel okay oh gott ja ich glaube mal wo ich bin okay die feindliche armee greift an einer anderen front an vorsicht unsere verteidigung wurde erneut besprochen rechts 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 aktuell nicht rechts 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 ich war noch nie so glücklich wir brennen verobern das ist nur geist wie im training geister wie aus dem lehrbuch da kommen weitere feinde bei mir aktuell ich gehe davon aus dass er auch gleich zu dir kommt auch sieht das doch entspannt aus hallo kommen wir ja das war mit der schnellen halt kinderleicht ja ich hab's es gibt keinen besseren platz da kommen weitere feinde doch schreibt sagen wir ja 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 es hat ein bisschen dauert aber jetzt und bei dir auch wieder was die ratten sind so gewerteten bogen 39er killserie hatte ich jetzt gerade mal gucken hat es gereicht ja doch ja dicke sehr gut heilungsschmuck angelegt die lebensregeneration das wollen wir doch mal machen aber wie legen wir den eigentlich an das ist eine gute frage kann ich dir nicht sagen aktivieren das schmuckstück neun mal abschließen um einzigartige verbesserungen freizuschalten ich habe ja diese priesterin jetzt freigeschaltet aber nutzen kann ich die irgendwie nicht das finde ich ein bisschen kacke ehrlich gesagt ja jetzt geht's weiter ja natürlich wir kommen ziemlich gut allein zurecht ach das habe ich schon gibt's hier ich studiere immer fortigen ich will alle antworten kennen dann sagen wir warum kriegstoff nicht in der tube haftet soo und einmal da einmal da und dann bin ich auch fertig ja wo müssen wir denn wo sind wir denn ist das denn rauskommen ne das ist ein hier ist ein wie dreht man das nochmal sehr gut ja du fängst da an ok kommen die denn gleich hier ne die kommen nur bei mir erst die feinde bereiten sich darauf vor eines unserer tore auf bogen schützen ihre fernkampf angriffe haben eine hohe reichweite das weiß ich noch von den simulationen da kommen sie oder und jetzt ein abschiss krieg ich dann geld ja ja naja ich fliege wie ein blüblein ein weiterer sieg ach jetzt kommen sie auch zu dir bereit wie immer hm warte mal ich muss also hast du das heildings auch ausgerüstet ne ne ja ja aber ohne schaden kann man sich nicht heilen ne das ist ein problem vielleicht die feinde greifen an einer weiteren front an vorsicht unsere feinde sind erneut durchgebrochen der spreche aber treibt es ein bisschen ja ein bisschen aber noch sieht das doch alles sehr entspannt aus hier okay naja wenn das so bliebe ja ja dann das ist nein ich habe nicht geheilt das Lass mich mal einen Schaden kriegen, wenn du mich jetzt heilst. Genau, wir müssen das ja neunmal aktivieren, ne, also sechsmal aktivieren, das Ding, damit wir die, was weiß ich, Prestigestinger da freischalten, damit wir das Ding verbessern können. Ah, okay. Also wir brauchen quasi Schaden, deswegen. Ja, okay. Ich gehe mal hier hin, ich gehe mal davon aus, dass der jetzt auch hier wieder kommt. Da kommen weitere Feinde. Die Bogenschützen schießen jetzt schneller. Hast du den einen Ohr gehört? Ich fliege wie ein Vöglein. Oh man. Du weg, du weg. Bei dir. Äh. Ich wollte noch Schaden kriegen. Hat nicht so gut funktioniert. Hast du mich geheilt? Ja. Du kannst mich auch heilen. Ja, es wird doch cool. Andere Seite, bleibt einer durch. Tatsächlich. Sie sind fast da. Shit. Sie betreten den Riss. Aber ich habe ihn noch zweimal getroffen. Wollen wir das weitermachen, oder? Eigentlich können wir direkt neu starten. Zack. Ja. Passiert. Oh Gott. Glaubst du, die Zauberin wird bald wieder zurück sein? Wir kommen ziemlich gut allein zurecht. So schlimm schon. Woher weißt du so viel über Risse und den Orden? Ich studiere immer fort, Igan. Ich will alle Antworten kennen. Dann sagt mir, warum Fliegelstoff nicht die Natur behaftet. Warum hat's den? Das würde ich gleich mal. Sie bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Sie haben... Borgenschützen. Ihre Fernkampfangriffe haben eine hohe Reichweite. Ja, das weiß ich noch von den Simulationen. Ich bin verletzt. Ja, ich habe mich schon einmal gehalten. Ach so, das habe ich nicht mehr mitbekommen. Hallo Leute. Hallo Leute. Da kommen weitere Feinde. Unsere Feinde brechen an anderer Stelle durch. Vorsicht! Er übertreibt aber wirklich. Wurde erneut durchbrochen. Uuuuuh. So, jetzt noch mal. Ich mache dir das noch mal Schaden geben. Ja gut. Jo. Ich komme hier nicht zu Schaden. Schieße zu schnell. Oh ja. Ich habe keine Chance. Ich habe noch mal die Map drin. Nicht richtig schalten können, wenn es nicht nur ein bisschen. Okay. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das müssten wir da einfach testen mal. Genau wo ich sie wollte. Ich bin bereit. Ach, die Springfallen hast du, ne? Da kommen weitere Feinde. Deine Fliege-Dinger sind gut gegen die Kobalte. Weil die Treffen hundertprozentig. Oh, ich bin wirklich gut darin. Und da kriegt die Treffen. Oh, ich bin ja. Oh, ich bin ja. Das ist ein Rob. Ja. hier habe ich fertig wir kommen mit unseren teilen welche teile ja manchmal nur der rücken manchmal eine seite kommen sie jetzt auch da ist in der mitte durch zu dir hoch ich dachte das gleiche noch mal passiert zu strahlen dagegen echt stark ja aber du hast dann hier alles schon zugebaut deswegen er die pfeife allen helfen auch relativ gut deswegen das ist okay perfekt platziert der perfekte platz mehr ich auch nicht no money on my mind hey fünf zuschauer sehr gut wir merken uns das schon mal dass das die kleine das mit den taktor strahlen zu wollen sind also bisher bin ich aber auch echt zufrieden mit den pfeifen gegen die wenn ich davon 23 mehr habe machen die die im normalfall auch die von der decke kommt ja ja eine seite ja dann begehe ich hier bin hier oft durch es gibt keinen besseren platz letzte welle da kommen die 3 oder drei haupt sache freut sich weil er fliegt immer das gleiche hier ja 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 aber die kleinen durchkommen ist echt auch bei mir kommen sie wieder aber es sieht doch sehr gut aus warum macht man es richtig oh ja barrikaden löse 40 mal aus abgeschlossen als kann ich für die einzigartigen machen ja ich würde dann kann nur eine einzigartige verbesserung machen von wie inwiefern also du musst ja aussuchen was die falle ja das habe ich jetzt auch gerade festgestellt ich habe eine errungenschaft bekommen weil ich eine falle komplett aufgelegt aufgedingst habe habe ich auch gerade bekommen können wir weiter ciao